Das Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, ich fühle es, wie dies Götterbild mein Herz mit neuer Regung füllt. Mein Herz mit neuer Regung füllt. Dies etwas kann ich zwar nicht nennen, doch fühle ich hier wie Feuer brennen. Soll die Empfindung Liebe sein, soll die Empfindung Liebe sein. Ja, ja, die Liebe ist allein. Die Liebe ist allein. Oh, wenn ich sie noch finden könnte. Oh, wenn sie noch schon vor mir stünde. Ich würde, würde warm und rein, was würde ich? Ich würde sie voll entzücken, an diesen heißen Busen drücken. Und ewig wäre sie dann mein. Und ewig wäre sie dann mein. Ewig wäre sie dann mein. Ewig wäre sie dann mein. Hör wir, wenn Sie nichtینig Interessortet sein können. Untertitelung des ZDF, 2020